Von Kaka zu Kaka. Wo bin ich hier? Was ist passiert? Wo bin ich denn hier gelandet? Die Erde ist ja gar kein so schlechter Planet. Es ist Zeit für eine Verwandlung. Huch, was ist das denn? Wie sieht die drinnen aus? 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 Und jetzt die Spätnachrichten. Gestern Abend in Hamburg wurde eine Bank brutal überfallen. Die Polizei ist gerade auf einer heißen Spur, denn der Täter hat Fingerabdrücke hinterlassen. Und ein Forscher aus München hat ein Kokon erfunden, wo man alles mögliche verwandeln kann. Wie sieht die drinnen aus? Wie sieht die drinnen aus? Wie sieht die drinnen aus? Ich bin der ganze Tag gekommen! Hach, ha, ha! Scheiße! Nein! Wer ever was! Ha! Hach! Fähig mal noch ein paar Tore! Ich konnte nicht! Stopp! Nicht so! Nein! Ha! Jetzt ist mein Eigentor! Ja! Du 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 du! Ja! Ich weiß!